Ich habe mit meinen beiden Pferden am Wochenende den Stall gewechselt und das stand alles auf dem Programm. Erstmal mein ganzes Zeug zusammensuchen und packen, die Boxen schrubben, sowie natürlich wieder leerräumen und ausmisten und auch streichen mit Kalkweiß. Das wirkt nämlich desinfizieren und schaut euch mal den Unterschied an. Das ist so krass. Dann ging es auch schon los. Ich habe die Pferde verladen, erst Gumi und dann Rio und dann sind beide losgefahren. Das war so crazy, die beiden zusammen im Hänger zu sehen. Da hat man erst mal realisiert, dass ich zwei Pferde habe. Dann sind wir auch schon am Stall angekommen. Ich habe erst mal beide ausgeladen und wir sind zur Box gelaufen. Dann habe ich auch noch meine ganzen Sachen ausgeräumt.